Hello Low Carb Fities! Heute gibt's saftigen Zitronenkuchen mit Heidelbeeren, ohne Zucker, dafür mit 20 Gramm Eiweiß pro Stück. Für den Teig schlägst du Erythrit, Xylit, Salz, Eier und Butter schaumig, Buttermilk, Lime, Backpulver, Joghurt und Lemon Cheesecake Chunky unterrühren. Den Teig in die Backform geben und für 15 Minuten in den Ofen. Für die Zitronencreme verrührst du Mascarpone, Quark und süßt das Ganze mit Chunky Lemon Cheesecake. Nachdem du die Heidelbeeren auf dem Kuchen verteilt hast, mixt du einfach kaltes Wasser mit Chunky Blueberry Cheesecake und Gelatine fix. Wie praktisch ist es bitte, dass du diesen Tortenguss einfach kalt anrührst und nicht kochen musst. Back den Kuchen unbedingt nach, der ist so lecker und frisch. Einen guten!